Willkommen zurück bei Father & Son Play for Fun und jetzt geht's weiter mit Lara. Okay, gibt's hier noch irgendwas wichtiges? Ah, hier ist so ein Plakat, wie fackel ich das denn ab? Wo krieg ich jetzt Feuer her? Da will man sich nur kurz Feuer holen, ne? Und schon wird man hier überrascht, also da hing so ein Poster, Plakat, keine Ahnung Aber... Warum unbedingt irgendwie so ein Sturmfeuerzeug? Dass wir hier die... Kommen wir da rauf? Ne, ich denke nicht, dass wir hier die Fackel selbst anzünden können, ohne dass wir hier ständig... sonst irgendwo Feuer suchen müssen. Oh, das ist richtig anstrengend hier. Da hängt noch so'n Ding. Oh, das ist nicht so gut. Alex, bist du da? Ja. Die Konsole ist Schrott. Verdammt. Gut. Wenn hier kein Elektromarkt ist, dann musst du es manuell über die Wartungskonsole erledigen. Okay. Das klingt doch ganz einfach. Ja. Bestimmt. Du musst sie erstmal finden. An diesen alten Türmen werden sie meistens oben angebracht. Ich meine... ganz oben. Schon wieder klettern. Großartig. Ich... Ach... Ach... Du kannst die Munition hier mit und... check mal das Buch hier. ...1982. Jetzt bin ich allein. Die anderen sind alle tot. Und das ist doch gut so. Ich habe von den Klippen aus zugesehen, wie ihr provisorisches Boot von den Stürmen hin und hergeschleudert wurde. Die Wolken sahen aus wie eine Hand über dem Wasser, die vehement an dem hilflosen Boot zerrte. Keiner überlebte den Zorn dieses Sturms. Ich habe es genau beobachtet. Der Sturm war örtlich begrenzt und kam unvermittelt. Und genauso plötzlich war er auch wieder weg. Und das Interessanteste daran, er wirkte nicht zufällig. Ich spürte Emotion, Absicht. Ich weiß nicht, was auf dieser Insel vor sich geht. Noch nicht. Aber wenn ich entkommen will, muss ich dieses Phänomen zuerst begreifen. Jetzt beginnt meine eigentliche Aufgabe. Ja gut, hier muss man ja jetzt nicht viel machen, ne? Das macht sich schon. So. Endlich wieder im Kalten. Hohoho. Halleluja. Ja, das ist gerade so wie hier. Hier schneid es nämlich auch. Ah, da ist das nächste Feuerchen. Gucken wir mal, was wir für Fähigkeiten verbessern können hier. Sicherer Schuss, das klingt doch clever. Oh, mehr Munition. Haben wir schon. Sag mal hier, schalten Sie ihre Pfanne mit Finesse auf. Mit Finesse auf unsere Belohnung zu erhalten. Nein, ich weiß nicht. Schwer ist das hier in dem, ne? So. Bogen upgraden. Was ist denn das hier überhaupt? Ah, wir können uns umziehen. Jäger-Outfit. Piloten-Outfit. Aber wenn ich das hier friere, doch. Das geht doch nicht. Kann ich das nicht vorher sehen, wie das aussieht. Jäger-Outfit, Bergsteigerin, Ingenieurin, Meisterschützin. Wir nehmen mal das. Die Axt ist fertig. Gelüfteter Schlitten, okay, Rücklaufbremse. Ich brauche die. Können wir die nicht hier verbessern? Ne, können wir nämlich noch nicht. Doch, Rücklaufbremse auch nicht. Dann sparen wir noch ein bisschen. Ja gut, das sieht auch nicht viel wärmer aus, oder? Also, wie ich das hier frierig, ehrlich. Das ist das Jäger-Outfit. Ja. Ist auch wurscht. Wie befreien wir uns jetzt? Ich sag mal so, der ist weg. Oh, hier die andere Knarre. Da. Okay. Da ist er. Das warte ich hier schön ab. Irgendwie. Bin ich da nicht so gut drin. Noch mal noch mehr pfeifen. Säk hier. Ach, da oben. Und ich geh sehr verschwenderisch, glaube ich, mit meiner Munition um hier. Wo ist der Kerl? Ach, da oben. Oh, noch mehr. Hab ich hier gar keinen Bock drauf. So war's das jetzt mal. Ja. Ach, da oben. Ja. Ich räume zuerst. Was tut. Ich würde mich hier kennengelernt. Aber ich brauche mir nicht. Das finde ich schon ein bisschen nervig. Komm ich da auch irgendwie hoch oder so? Also in meinem Ernst, man friert doch, wenn man das nur sieht oder? Das sieht jetzt so aus, als ob es jetzt gleich Stress gibt hier. Oh ja! Halten Sie vom Tod, Herr! Wo ist denn hier? Ja! Wir müssen den Tod schützen! Halt es hier auch! Ach, na los! Ich werde drücken Feuer sehen! Was zum Teufel! Halt es hier! So schnell! Wie gehe ich das hier nicht umgeschaltet? So! Ja, da bin ich glaube ich viel zu langsam für so'n Spaß hier. Broch, mich habe es hier nicht angerано. Ich bin tatsächlich schützt! Ich bin so schnell wie alt ist, um Util ist jetzt hier. Es ist schon garotzt. Oh ja, da war sie mir sein. Oh nein, ich bin nur hier! Oh nein, ich bin noch mal her! Oh nein! Oh nein! Oh nein. Das einfachste Ganze eine Krone! Oh nein! Oh nein, ich bin noch nie! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Ich hab jetzt keinen Bock, also wenn ich da runter springe, lass ich mich sofort erwischen hier. Eben kurz warten. Oh. Oh, bin ich schlecht hier. Das gibt's doch nicht. Ich dachte ich hätte ihn schon längst erwischt. So. Okay, da haben wir nur noch elf. Das wird uns nicht nach vorne bringen. Da liegt Munition, da liegt Munition. Ich glaube, wenn wir hier runter gehen, dann geht's zur Sache. Da. Oh oh. Das meine ich. Ich glaube, ich muss mich hier mal umgewöhnen bei dem Controller. Irgendwie ist hier nicht so feinfühlig. Ich muss dich helfen. Ich muss dich helfen. Ja, da müsste ich irgendwie schneller sein. Bin ich aber nicht. Wie kann ich ihn jetzt locken? Da hochkomm ich vermutlich auch nicht mehr. Ja. 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 Das ist schon fast nervig anstrengend hier. ça va, c'est quoi. Ja. 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 Das ist jetzt wirklich krass drin. So Munition wäre ja nicht schlecht, ne? Ich habe mich ja gerade massenhaft verballert. Ah, die soll loslassen hier. Oh, mir wird nur kalt vom Zusehen hier. So, da ist das nächste Feuer. Das ist ja noch irgendwas, was wir mitnehmen oder einsacken müssen. Sonst machen wir erstmal Schluss hier. So, Ausrüstung, da ist es. Polsterung und so. Ah, zur Stabilisierung der Waffe. Ja, das ist vielleicht clever. Flupt das vielleicht auch besser. So, ja dann. Dann machen wir mal Schluss. Macht es euch gemütlich, ihr zu Hause. Bei dem nasskalten Wetter. Vielen Dank für euren Besuch. Und bis zum nächsten Mal. Bei Father and Son. Play for fun. supplements. Bye. Vielen Dank.